Hallo und herzlich willkommen zu Lonely Mountains Downhill. Das ist ein kleines süßes Spiel, hat so einen süßen Stil und da fährt man Berge runter und stirbt. Spiel starten. Wir haben nur einen Berg freigeschaltet. Ich habe das Spiel schon ein bisschen eingespielt, um zu wissen, ob es gut ist und ob ich es spielen will und das will ich auf jeden Fall. Das Spiel ist übelst lustig. Wir haben nur die Witwen-Schlucht als Berg und wir müssen, ihr seht schon die Strecke ist nicht kurz, das Ganze hier entlangfahren. Und da, dieses CP, das ist Checkpoint, bedeutet da sind wir dann kurz gespeichert und respawnen dann da, wenn wir sterben. Und ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt so, wie kann man bitte so blöd sein beim Fahrradfahren sterben? Ja, okay, das hat sich jetzt sehr, sehr gemein angehört. Das Spiel ist echt nicht leicht zu steuern. Es gibt auch verschiedene Fahrradfahrer anscheinend. Oder Fahrräder? Fahrräder. Wir haben nur den Grasshopper. Ein gutes Around-Bike, einfach zu lenken, aber nur mittelmäßig schnell und gelände-toglich. Ja, äh, individualisieren. Oh, ich hab die Purple-Lackierung. Ja, äh. Zack. Starten wir mal. Spiel ist nicht komplex. Man kann mit RT Gas geben, mit LT Bremsen. Man kann sich umbringen, um neu zu starten. Sieht toll aus. Ähm. Und man kann... Äh, so ein Boost anmachen. Wo man dann eine Zeit lang schneller ist. Ah, ja. Also, natürlich könnte man jetzt einfach die ganze Strecke so entlangfahren. So ganz langsam. Aber es, das wäre ja langweilig. Es sind halt diese extra, diese Wege hier, wo man da so entlangfahren könnte. Aber wir sind ganz cool. Wir fahren einfach dann immer hier so runter und sterben. Wir werden oft sterben, aber es ist viel lustiger, wenn wir da irgendwie so Klippen runterfahren, so wie jetzt. Wir werden nicht safe spielen. Oh, what the fuck. Dieser Typ, wie schnell der einfach ist. Erster Checkpoint schon? Okay. Da springe ich nicht runter. Okay, da war ein Stein. Ich habe gesagt, dass wir oft sterben werden. Und das Spiel sieht einfach voll süß aus und es macht echt Spaß. Oh mein Gott. Es ist echt schwer zu steuern, weil man echt schnell ist mit diesem Fahrrad. Und das, es fühlt sich auch vom Fahren her echt gut an. Also ich spiele es jetzt mit dem Controller. Und es ist einfach 1A. Es ist einfach ein echt geiles Spiel. Oh, shit. Oh, oh. Scheiße. Vielleicht gibt es dann irgendwann einmal wieder so ein Video dazu. Aber ich werde es privat auf jeden Fall weiterspielen. Das ist einfach so geil, das Video, das Spiel. Das Video wird natürlich auch geil. Das könnt ihr mir mit einem Like, einem Abo und einem Kommentar zeigen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Easy. Zweiter Checkpoint. Let's go. Alter. Es ist echt... Warte, was? Oh mein Gott, wenn ich das überlebt hätte. Let's go. Wir fahren jetzt da runter. Okay. Wir fahren da doch nicht runter. Let's go. Mann, wieso sind wir so zerbrechlich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, komm. Jetzt schaffe ich... Ja, jetzt spiele ich ein bisschen safer. Aber immer noch risky. Alter. Er ist halt auch so unfassbar schnell, wenn man diesen Boost aktiviert. Nächster Checkpoint. Okay. Das war... Das sah cool aus. Das sah weniger cool aus. Alter. Ja genau, jetzt wird mir gesagt, dass ich sprinten kann. Und jetzt sind da sogar schon Bäume. Wir werden... Wir werden das ganze Spiel lang kein einziges Mal bremsen. Dieses Driften passiert nicht, wenn ich bremse, sondern wenn ich meine Trigger zu schnell in eine Richtung ziehe. Nur für die Leute, die jetzt denken. Der bremst ja schon die ganze Zeit. Bis auf ganz am Anfang, wo ich euch gezeigt habe, dass Bremsen existiert, habe ich noch nicht gebremst. Oh shit, oh shit. Komm. Hier runter. Nicht in den Stein fahren. Nicht in den... Nicht in die... Okay. Ich will da jetzt... Das ist eine Challenge. What the fuck. Komm. Das muss doch gehen. Ja, ja, ja. Okay. 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 Easy. Da müssen wir, glaube ich, nicht entlang. Nein, ich will da nicht unter. Man. Jetzt habe ich das... Ich habe es geschafft, hier irgendwie durchzukommen. Und jetzt bin ich einfach gestorben, weil ich irgendwie in die Klippe runterfahren wollte. Ah. Man. Komm. Ich schaffe das wieder. Ja. Oh mein Gott. Wie mein ganzer Bildschirm aber vibriert. Oh mein Gott. Es ist einfach so... Ah. Ich fühle einfach mit dem. Wenn ich fast in den Baum falle, reißt es mich immer. Nicht gut. Nicht gut. Da war ein Baum. Scheiße. Let's go. Komm. Ja. Hier runter und jetzt... Okay. Wie habe ich das überlebt? Oh. Äh. Falsche Richtung. Oh. Äh. Stein. Komm. Wir rassen da jetzt einfach runter. Komm. Geht. Okay. Da fahren wir halt hier so entlang. Oh mein Gott. Da war ein übeles... Äh. So ein übeles... Gerade. Also glatter Stein. 100 Pro können wir da runterfahren. Mann. Okay. Wir fahren jetzt kurz die normale Route. Sonst kommen wir hier nie weiter. Normale Route ist so langweilig. Scheiße. Ich dachte, ich schaffe das. Das sieht richtig aus. Ja. Nein. Oh shit. Oh shit. Komm. Ich kann nicht anders. Das ist einfach super lockend. Ich will da runterfahren. Der Baum schon wieder. Heute sind einfach das Schlimmste in dem Spiel. Okay. Jetzt sind wir hier. Komm. Wir brauchen den nächsten Checkpoint. Oh. Pff. Okay. Okay. Ja. Komm. Wir fahren hier einfach durch. Ja. Jetzt hier runter. Ich verstehe gar überhaupt nicht wo lang. Nein. 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 Da will ich nicht runter. Nein. Auch nicht. Da. Da. Wieder so ein glatter Stein. Oh. Oh mein Gott. Das ist wahrscheinlich sogar eine absichtliche Abkürzung. Nie im Leben ist das Zufall. Ein perfekter glatter Stein. Oh shit. Alter. Ich hätte fast wieder die Kontrolle verloren. Ich sehe nichts. Okay. Ich glaube das sollten wir nicht nennen. Okay. So. Scheiße. Komm. Komm. Ist es das letzte? Ja. Ja. Easy. Einfach. Zu gut. Ah. Okay. Entdecker ist schlechter als Beginner. Jetzt können wir die Strecke nochmal schwerer machen. Oh. Oh. Wie cool. Schalte ein neues Outfit. Chater frei. Okay. Oder schalte eine neue Strecke frei. Ah. Okay. Unter drei Minuten. Let's go. Ich muss das jetzt unter drei Minuten schaffen. Die ganze Strecke. Okay. Dafür nehmen wir jetzt den Chater. Also das gelbe Fahrrad. Das bringt mir jetzt Glück. Komm. Das schaffen wir. Unter drei Minuten. Ah okay. Und die Zeit startet auch neu, wenn ich verkackte. Nein. So. Und dann hier. Hier runter. Sehr gut. 15 Sekunden für den ersten Checkpoint finde ich gut. Komm, komm, komm. Schneller, schneller, schneller. Ja. Ja. 23 zu tun. Zweiter Checkpoint. Shit. So. Scheiße. Scheiße. Komm. Komm. Hier runter. Komm. Hier runter. Komm. Komm. Hat funktioniert. Perfekt. Scheiße. Let's go, let's go. Das schaffen wir. Sagt er. Und fällt aber den ganzen Berg runter. Wir sind bei ja nicht mal einer Minute und wir haben schon die Hälfte. Junge. Nein. Hallo. Äh. Hallo. Fahrradfahrer. Was machst du? Hä? Was? Okay. Ich hab mich schon tot gesehen. Oh mein Gott. Was wäre ich gestorben? Ja. Checkpoint. Alter. Okay. Jetzt. Jetzt chillen wir ein bisschen. Komm. Jetzt chillen wir ein bisschen und rast direkt los. So. Wir wollen wieder hier runter. Scheiße. Komm. Wenn wir diese Abkürzung haben, dann überspringen wir einfach alles. Nein. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Mann. Aber wie gesagt, wir bremsen nicht. Ich hätte bremsen sollen. Okay. Ich lebe noch. Ja. Ich lebe noch. Ich bin mir gerade echt nicht mehr... Oh mein Gott. Ich bin echt nicht mehr sicher, ob das echt... Ob diese Abkürzung sich lohnt. Okay. Alter, ich bin schon zu konzentriert gerade. Ich muss halt auch reden, weil es ist das Video langweilig. Und dann fahr ich irgendwo rein. Mann. Scheiße. Okay. 22 Sekunden. Bis zum nächsten Checkpoint. So. Und hier... Oh, lol. Ich lebe noch. Okay, warte. War hier nicht die Stein... Ja, hier war die Steinplatte. Hä? Der springt aber drüber. Der springt schon wieder drüber. Lol. Aber diesmal... Aber diesmal ist er gescheit drüber gesprungen. Nein! Alter. Mann. Diesen... Diesen... Diesen eine... Diese eine Kurve. Immer wieder am selben Stein eigentlich fest. Nein! War ich halt hier oben lang. Ist mir auch egal. Okay, ist mir doch nicht egal. Das schaffe ich nämlich nicht. Komm. Hier runter. Ja. Hier runter. Ich schaffe diese Abkürzung. Dann schaffe ich es einfach nicht. Ich muss halt bremsen. Aber ich will nicht bremsen. Ich brems nicht. Ich schaffe das auch ohne bremsen. Komm. Es hat funktioniert. Also ob... Ich habe einfach nicht mehr Gas gegeben. Ich bin jetzt aber so ganz, ganz langsam gefahren. Ja. Wieder irgendwie um die 20 Sekunden. Hier bin ich einfach einmal kurz im Kreis. Okay. Ja, komm her. Easy. 2 Minuten 14. Okay. Jetzt gehe ich zum Menü. Und schaue mir noch... An, was ich jetzt bekommen habe. Ich habe jetzt die Strecke freigespielt. Experte und Writer. Können wir noch mal. Wanderwald. Das wäre... Hier so. Und führt wieder zum selben Ziel. Die letzte Strecke ist dieselbe. Startet woanders. Fährt auch um den See herum. Also so einem ist hier vorbei. Okay. Was? Keine Checkpoints? Oh mein Gott. Okay. Ich werde das jetzt spielen. Viel Spaß. Ich werde das. Nein. Ich war so weit. Mann. Okay, komm. Komm mein Kleiner. Ja, fahr schneller. Oh schon, du fahr schneller. Ich fahr jetzt übrigens auch so gut wie die ganze Zeit die Strecke entlang. Weil ich nicht sterben will. Okay. Bis jetzt läuft es ganz gut. Aber ich bin auch echt langsam. Weil ich... Oh. Einfach keine Abkürzung nehme. Ich sehe jede dieser Abkürzungen. Aber ich nehme einfach keine einzige. Wie die Bäume auch andauert, die Sicht versperren. Was sind das für asoziale Bäume? Also ich habe nichts gegen Bäume. Ich bin für ein Bäume echt cool. Aber diese Bäume sind manchmal schon sehr asoziale. Seht ihr das? Was? Was? Wie viele Trice waren das? Fünf? Maximal? Ja, easy. Leute, ich würde sagen, das war es. Mit diesem Video. Wir haben... Wir sind eine Strecke gefahren. In... Einfach so. Dann in... In... Drei Minuten. Also unter drei Minuten. Dann... Mit weniger als 21 Toten. Und jetzt... Ohne einem einzigen Tod. Ohne einem einzigen Checkpoint. Ich würde sagen, das ist schon... Sehr viel, was wir heute geschafft haben. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert. Kommentiert. Liked. Teilt. Schaut auf unseren Pitch vorbei. Von Flo und mir. Das ist beides in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, ich würde sagen... Vielen Dank fürs Zusehen und Tschüss.